Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Ön hier und herzlich willkommen zum Fatal Special Turnier. Warum trage ich nachts eine Sonnenbrille? Warum liegt da Stroh? Ja Freunde, heute gibt's da wieder ein schönes, gechilltes Nightlet's Play hier im Schlafanzug. Es ist gerade mitten in der Nacht, meine Eltern schlafen, das heißt, ich kann nicht ausrasten, aber ich denke mal, das wird in Ordnung sein, da jetzt die letzten Tage nur Pack-Openings kamen, wo wir am Rumschreien waren und genug ausgerastet sind und deshalb gibt's jetzt mal hier ein schönes Gameplay mitten in der Nacht, ganz gechillt hier. Und ja Freunde, hier im Hintergrund könnt ihr auch schon direkt unsere Fatal-Mannschaft sehen, natürlich ohne Neymar-Team of the Year und Messi-Team of the Year, aber ich hab mir gedacht, da jetzt sowieso das Team of the Year vor kurzem rauskam, können wir hier ein schönes Special mit den beiden machen, weil wir haben ja die normalen Spieler in unserer Mannschaft. Wir haben nämlich Neymar, den normalen in unserer Mannschaft und Messi, aber heute machen wir ein schönes Special hier mit den beiden und ich denke mal, das wird auch in Ordnung sein. Also nächste Woche, wenn Fatal losgeht, da wird auf jeden Fall die normalen Spieler wieder an die Position gepackt. Und ja, wo wir grad schon beim Losgehen sind, also Fatal, die Gruppenphase wird jetzt losgehen am 25.01. bis zum 8.02. Also da werden alle Gruppenspiele gespielt und hier könnt ihr auch schon direkt die Gruppen sehen, Freunde. Wer es noch nicht gesehen hat, wir sind in einer Gruppe mit den Hamburger Youngsters und dem Lions-Freunde und wir werden dann die Spiele zwischen dem 25.01. und dem 8.02. hochladen. Also da wird es dann endlich weitergehen mit Fatal und dachte ich mir, heute mal ein schönes, gechilltes Training hier mit der Mannschaft muss auch mal sein. Natürlich hier Messi und Neymar sind ein bisschen overpowered, aber egal, das wird schon nichts machen. Wir werden heute ein schönes Turnier spielen, das wird heißen, glaube ich, Nothing but the Best, nur das Beste. Und wir kommen natürlich nur mit den Besten, Alter, Pelé, Neymar, Messi. So und da haben wir auch schon direkt das Turnier, Nothing but the Best, nur das Beste. Der Gewinner bekommt 6.000 Münzen, dann würde ich sagen, klicken und direkt auf Teilnehmer. Aber bevor wir starten, Freunde, wollte ich mich auf jeden Fall nochmal vorher ganzes Feedback bei der Pack-Opening-Woche bedanken. Es war eine richtig krasse Woche, wir haben unnormal viele Team-of-the-Year-Spieler bekommen, die Videos sind durch die Decke gegangen und das Pack-Opening mit dem Ikea-T-Shirt hat einfach mal 70.000 Likes erreicht, aber das hatten wir noch nie gehabt. Davor war unser Rekord, glaube ich, 44.000 und jetzt auf einmal 70.000. Also nochmal Danke für dieses krasse Feedback in dieser Pack-Opening-Woche, ihr habt uns alle richtig unterstützt. Die Videos sind so abgegangen, über 300.000 Klicks teilweise, es ist einfach nur unglaublich, Freunde. Wir hoffen natürlich, dass ihr uns weiterhin so unterstützen wird, dann würde ich sagen, geht es jetzt mal heute weiter mit dem schönen geschilderten Gameplay, der Achtelfinale, wir kommen! Und da haben wir auch schon direkt unseren ersten Gegner gefunden, hier hat ihr Coutinho im Sturm, Luis Gustavo, Oscar, Lucas, Danilo, David Luis. Dann würde ich sagen, Freunde, starten wir auch schon direkt mit dem Achtelfinale, los geht's! Schön, Alter, jetzt unten auf Neymar, aber so mal Neymar, Team auf dir jetzt, zack, wenn ihr die Spin, ach du Scheiße, ist der schnell, 1-0, ey, das Team ist krank. Zack, zack, die Pille muss laufen, Alter, Scoop-Tür, Rabona fake Neymar, Drag-Back-Fade, Schussfinde, Spin, Finesse, Neymar! So, jetzt haben wir eine Pille, der Gegner kommt und nimmt uns den Ball hoch, machen jetzt mal einen schönen Chess-Flick, der Gegner guckt zu, rup, flickt uns den Ball hoch, leiten wir weiter hier, dann bam, bam, Junge, Alter, diese Mannschaft ist abnormal, Freunde, ich sag's euch, ich sag's euch! Jetzt haben wir Ramos, Freunde, der will auch ein Tor machen, Ramos, Übersteiger geht vorbei, Ramos, Sergio, Ramos, Sergio! Junge, Ramos mit dem 2-0, Alter! Jetzt haben wir Neymar, Rabona fake, zack, gehen wir nach innen, Rabona fake, wir gehen dann, komm wieder, zack, Bonasti flick, flicken wir uns den Ball rüber, oh mein Gott, Alter, wie krank, kommt die Legende, Gattuso, Gattuso! Kanzler Neymar hier, macht ein Roulette, Schussfinde, Rabona fake, waka waka, was macht der Gegner denn da, Alter, zack, scheiße, Pfosten, ey! Kanzler Pele, schnell, 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 bevor der Gegner kommt, was macht der Gegner denn da? Pele, Vollrückzieher, scheiße! Zahm, Messi am Ball, zack, Schussfinde, geht vorbei am 1., zack, am 2., Alter, der ist so schnell, Freunde, und schießt an die Latte! Kanzler Pele, Megidi Spin, Rabona fake, waka waka, der Gegner kommt, Elastico Chopping, Nimm uns den Ball, oh, kommt schon, kommt schon, macht den Schussflick, macht doch den Schussflick, Alter, scheiße, ich wollte hier ein Fallrückzieher wieder probieren. Sieg, Freunde, wir gewinnen das erste Spiel, eh, mit 2 zu 0, der Gegner, Alter, war so ein Noob, ey, der hat einfach gar keinen einzigen Schuss, guckt euch mal die Statistik an, wir hatten 15 Schüsse, wir hatten natürlich deutlich mehr Tore machen müssen, aber ist ja egal, wir waren 2 zu 0 am Führen, und ja, würde ich sagen, geht's auch direkt weiter mit dem Viertelfinale. Und hier haben wir auch schon direkt unseren Viertelfinal-Gegner, Freunde, im Sturm hatte hier Aubameyang, Rangrois, Lukas, Verratti, die kleine Ratte im ZLM, Thiago, dann würde ich sagen, Freunde, starten wir auch direkt in unserem Viertelfinale, auf geht's. Jetzt haben wir Thiago Ballrolle, Thiago, Sago, Schau, Thiago, Uiuiui, komm, gehen wir vorbei, und Thiago Finesse, Boah, Alter, was ein Freistoß vom Gegner, ey, Junge, Junge, das fängt ja schon mal gut an, ja, kommt jetzt der Konter, ach du Kacke, man, der klemmt mir ja wirklich an den Eiern, Gott sei Dank, Messi geht vorbei. Messi, Messi. Ullett, Messi, scheiße, Belette im Ball. Aber es geht weiter, komm schon. Zack, Doppelpass. Jetzt geht er durch Pelé. Oder so. Iniesta, Jairin, schieß. 1 zu 0, sauber. All, ey, was hat der Gegner für Freistöße drauf? Freund, sagen wir, Messi am Ball, der Gegner kommt, kriegt erstmal einen Spin. Job, Fernaschmeyer, Racketitsch. Weil der Gegner ist auf jeden Fall gut in der Abwehr, das sieht man. Es ist dies so einfach durchzukommen. Wunderschön gemacht, Jungs. Oh, das hätte so ein Tor verdient gehabt. Nein, schöner. Ja, das war schön gemacht, Alter. Fuck, guter Doppelpass, 1 zu 1. Schöne Kombination. So müssen wir die Bälle laufen lassen, genau so. Und jetzt Pelé, zieh durch. Alter, David Lewis, ey. Ich musste schießen. Komm jetzt Messi, Alter, Übersteiger. Fernasch dem Gegner. Jungs, der steht da so gut, hat eine klasse Stellungsspiel. Jetzt haben wir ihn, Fernasch, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn, Messi. Neymar. Schön, Neymar. 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 Du musst doch rein sauber. 2-1, Mann. Was ist denn jetzt los, Freunde? Die Verbindung ist die ganze Zeit am Laden. Seht ihr das? Die Verbindung mit dem Gegner wurde unterbrochen. Der Spielbericht entscheidet über das Ergebnis. Ja, da bin ich mal jetzt gespannt, Alter. Ein Feind hat er sich bestimmt so aufgeregt, den Controller geworfen gegen die Xbox und die ist dann runtergefallen und dann ist irgendwie alles kaputt gegangen und ich laber ne Scheiße. Ja, Freunde, wir haben den Sieg bekommen. Der Gegner war eigentlich richtig gut, Mann. Also der hatte noch gute Chancen gehabt hier auf dem Unentschieden. Der war echt verdammt stark und ich muss wirklich sagen, in diesem Turnier sind richtig gute Leute dabei. Also habe ich gehört von Freunden, die das schon gezockt haben bisher. Aber der erste Gegner bei uns, da hatten wir echt Glück gehabt, dass das so eine kleine Miete war. Aber jetzt, der zweite Gegner war schon verdammt anstrengend. Und ja, Freunde, da würde ich sagen, was ist an dieser Stelle von der ersten Folge, beziehungsweise vom ersten Teil des Fatal Toti Specials hier. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich wieder sehr über 20.000 Likes freuen. Ja, das nächste Mal wird es dann Samstag weitergehen. Da wird es ebenfalls ein Night Let's Play geben und tut mir leid, dass das Gameplay von mir nicht das Beste ist, weil ich bin jetzt schon so lange am Vorproduzieren hier. Ich muss ja noch Videos für einen Zweitkanal machen, weil wir sind übers Wochenende nicht in Düsseldorf und deshalb müssen wir vorproduzieren. Und ich bin jetzt gerade hier mitten und keine Ahnung, wie viel es gerade schon ist, ey, am Aufnehmen, mega am Arsch. Und ich hoffe, dass wir am nächsten Mal hier reißen, das Turnier. Alles klar, Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut, haut rein, seid die Besten und ciao. Was geht ab, Freunde, euer Sturvy und herzlich willkommen zu einem Special Team of the Year, Packslips. Ja, Freunde, heute geht's los. Mal guckt euch diese drei Spiele an. Einfach so geil. Neymar Team of the Year, Ronaldo Team of the Year und Messi Team of the fucking Year.